Hallo zusammen, hier ist wieder Omni mit dem Death Diary zu Plymouth Fury. Ist ja noch nicht so lange her, dass wir die Ankündigung hatten. War erwachtbar, dass da natürlich auch ein Death Diary kommt. Ich gehe das einfach mal ganz kurz durch, damit wir so ein bisschen Eindruck bekommen, was bietet uns denn jetzt die neue Kultur, denn darum geht es zuerst mal in diesem Death Diary. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen in dem Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an zu der Ankündigung, dass wir eben eine neue Kultur bekommen, was immer eine coole Sache ist. Wir hatten ja die Reaver bekommen bei dem Eldritch Content Pack. Jetzt haben wir bei Primal Fury die Primal, also die urtümliche Kultur bekommen. Diese urtümliche Kultur, auch das habe ich ja schon mal gesagt, kann zwischen sieben Spirit Animals, also so, sag ich mal, Totemtiere wählen, die dann bestimmte Boni mit sich bringen. Und diese Boni werden jetzt halt hier mal angezeigt. Wir können das recht gut hier sehen. Hier wird einmal Maya Crocodiles ausgewählt. Unten stehen aber nochmal alle aufgelistet. Was fällt ihr jetzt mal auf? Ganz spannend wird natürlich auch erklärt, bei der Primal Culture habt ihr erstmal nur eine Natur und dann je nachdem welches Animal ihr wählt, also welches Tier ihr euch wählt, kriegt ihr dann die andere Affinität dazu. Das ist natürlich ganz cool, finde ich gut. Damit ist das schon mal sehr flexibel. Damit kann man, glaube ich, ganz gut arbeiten. Wichtiger sind vielleicht noch die Sachen, die uns jetzt diese Geistertiere bringen, aber schon mal eine Neuerung, die durchaus gefällt. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hier Maya Crow, äh, Crocodile, ich will mal Crow sagen, Crocodile haben, dann ist es so, dass wir natürlich noch einer, wie man sieht, hier eine Natur bekommt. Dann diese Naturaffinität führt dazu, dass wir zweimal Naturaffinität haben und wir können natürlich immer noch die Krokodile auch halten, das ist klar. Und ihr könnt das auch mit jedem einzelnen Tier, steht hier nochmal. Ja, dann haben wir folgende Boni und das ist eigentlich ganz cool. Wir haben ja schon mal über die Kampfboni geredet, reden wir gleich auch nochmal drüber. Aber hier sehen wir, wir haben Swamp Walking, das kriegt man ja auch, wenn man, glaube ich, Wetland Trade nimmt, also irgendwie so von den Form Trades, von den, ich sage jetzt mal Rassenfähigkeiten, dann kann man ja auch diese Fähigkeit erwerben, aber hier kriegt man sie halt geschenkt. Das heißt aber auch, das steht hier direkt danach, keine doppelten Boni dafür. Ihr könnt also nicht als Primärkultur, nicht Primärkultur, sondern urtümliche Kultur, könnt ihr nicht irgendwelche Gelände Boni wählen. Ihr könnt nicht irgendwelche Anpassungen an Gelände, das wäre ganz wichtig, das geht natürlich nicht. Ich hätte natürlich gewünscht, dass man dann vielleicht auch einen Bonus macht, der danach von Top käme, sodass man wirklich sagen kann, ich spezialisiere mich jetzt auf Swamp, also auf Sumpf. Wir haben natürlich einen schönen Bonus gemacht, muss ich sagen, also die Provinzen bieten dann halt mehr Nahrung. Bei den anderen Animals oder anderen Tieren wird das halt was anderes sein. Gehen wir gleich mal durch. Sonst, wie gesagt, Swamp Walking, man kann halt schnell durchgehen. Und wir können eine Maya Crocodile Unit, also eine Sumpf-Krokodile-Einheit, beschwören. Die können wir im Kampf beschwören und wenn die in einer Sumpf-Provinz beschworen wurde, ist die auch nochmal stärker. Das ist eigentlich auch ganz cool, das heißt, wenn ich jetzt hier mein Heimatgebiet in Sumpf umwandle, kann ich da natürlich auch stärker mit agieren, weil wir können ja jetzt auch, haben wir ja im Turm gesehen, das Land halt in Sumpf umwandeln. Wir starten natürlich dann auch immer in Sumpf, was auch cool ist, wobei das beim Sumpf jetzt noch nicht das spannendste ist, weil es das ja schon durch diese Wetland Adaptation gibt. Ja, und das wäre der Bonus. Und jetzt kommen wir ja zu dem, was ich auch schon im Video gesagt habe. Wir hatten diesen Baum hier gesehen. Leider ist dieser Baum kein neues Erkundungsmerkmal für alle Kulturen. Es gibt also wirklich gar keine neuen Merkmale für Erkundungen, so Stand und Jetzt. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Das finde ich außerordentlich extrem enttäuschend. Diese Bäume, also das sind irgendwie so Lagerstätten, sag ich mal, Böhlen, wie auch immer, sind spezielle Gebiete oder spezielle Landmarks, die man nur sehen kann, wenn man diese urtümliche Kultur hat und wenn man ein richtiges Tier halt anbietet. Das gibt dann wieder extra Boni, zum Beispiel, dass man mehr Stabilität bekommt. Das ist ganz cool. Man kann halt so ein Tempel bauen in der Stadt, was auch ganz cool ist. Das gibt dann die Möglichkeit, dass halt alles in Sumpf umgewandelt wird, was wiederum auch ganz nett ist. Finde ich gut, dass man einfach ein bisschen was in die Strategie-Karte hineingibt. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und das ist auf jeden Fall der Vorteil, den wir haben, oder das Besondere an der Kultur, wenn es jetzt außerhalb des Kampfes geht. Innerhalb des Kampfes haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Wir kriegen immer verschiedene stackende Boni. Also es ist nicht so, dass jedes Tier da irgendeine besondere Fähigkeit hat. Jedes Tier hat eine besondere Damage-Stelle, also einen Chance-Typ. Und den kann man halt über diese, ja, stackenden Buffs halt sammeln. Also hier beim Krokodil, wie man sieht, vielleicht hier oben beim Nahkampfangriff, ist es eben Gift-Schaden. Und wenn ich jetzt fünf Stacks bekomme, dann kriege ich diese Raserei des Sumpf-Krokodils. Und diese Raserei gibt uns dann die Möglichkeit, mehr Schaden zu machen, also Gift-Schaden und die Fähigkeit diseased, also verseucht, halt zu verursachen. Das wäre es eigentlich. Der Animist, also einer von den neuen Einheiten, der kann halt, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch schamahne vielleicht, auf jeden Fall kann halt dann diese Krokodile beschwören. Und ja, dann kann er halt, das kann er machen, indem er halt diese Raserei ausnutzt. Er kann auch noch heilen. Gut, Standard, ne? Nichts Besonderes. Jetzt sehen wir unten die Boni, denn eins von den Maya-Krokodil-Sachen haben wir noch nicht erwähnt. Die haben nämlich noch Special, dass sie tatsächlich die Kultureinheiten, das finde ich auch ganz cool, tatsächlich was Gutes, wäre gut, wenn das überall gewesen wäre, dass sie krankheitsimmun sind oder seuchenimmun sind. Finde ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das heißt, wir haben dann den Bonus halt mit den drei Nahrungen und wir haben hier eine Immunität für unsere Kultureinheiten erworben. Das ist natürlich ganz nett. Und wir werden halt starten immer im Sumpf-Video. Also wer auf sowas steht, zu sagen, ich will jetzt bestimmt ein Gebiet starten, hatten wir da zwar schon, aber ich komme jetzt gleich zum anderen Tier. Da ist es besonders, denn da gibt es ein Biom, was eigentlich total vernachlässigt wurde. Und das ist das Ashland, also diese verwüsteten Lande, sage ich jetzt mal. Ödländer oder Uldlande. Ja, und dann geht es weiter, Stormcrow, gehen wir jetzt ganz kurz durch. Grasland, es gibt Mana per Grasland-Provinz, finde ich cool. Hat halt Lichtschaden und Wunen genauso. Ich gehe jetzt ganz kurz da durch. Die Affinität ist Astral. Beim Mammut haben wir ja schon mal gesehen. Schatten, Schnee als beliebtes Gelände. Dann kriegen wir Produktion pro Schneeprovinz, finde ich sehr cool. Produktion, wisst ihr ja, wie bei allen 4X Games, natürlich unglaublich mächtig. Und wir können halt auch Farms in den Axt-Provinz behaupten. Das ist wie bei der Anpassung, wenn ich mir die Kälteanpassung nehme. Und jetzt kommt das coole Ash Sabertooth, also der Säbelzahntiger, der aschene Säbelzahntiger. Der Feueraltskanal ist nicht das Wichtige, sondern wichtig ist, wir starten im Aschenland, also Ödland, dieses total tote Land, wo eigentlich nur die Monster konstant herkommen, wo die ganzen Infestationen sitzen und so weiter. Und es ist Chaos-Affinität und es gibt 3 Gold dafür, was ich ganz cool finde. Und wir können halt auch Farben dahin bauen. Das kann man bisher nicht über einen Form-Track machen, das ist etwas einzigartiges tatsächlich. Und das ist natürlich immer sehr gut, das nehmen wir mit. Wäre es schon mal zum Beispiel was, wo ich sage, da würde ich mitspielen wollen, was einfach spannend ist. Es gibt noch einen anderen, womit ich spielen würde. Generell die Boni auf den Provinzen sind ja auch sehr gut, nur finde ich solche Produktionen immer besser als Gold. Hier ging es mir eher darum, dass das Gelände an sich spannend ist. Andere spannende, kommen wir gleich dazu. Machen wir die Schlange hier. Hier lebt im Sand. Gibt zwei Gold pro Sandprovinz. Einfach weil Sandprovinzen nicht so schwach sind wie Eschlandprovinzen wahrscheinlich. Ist halt so, hat halt physischen Schaden. Und wir können physischen Schaden auch eben als Buff erhalten. Und wir können die Farmen auf Sandprovinzen bauen. Kennen wir auch schon. Jetzt wie gesagt, das nächste Interessante, die Spinne Natur als Fokus. Die kann, wie wir erwartet hatten, euch auch schon im Video gesagt haben, im Untergrund startet die. Und durch diese Maschumfuss, also die Pilzwälder, kriegt die halt, oder ist sie, ja, ist sie ein besonderes Terroma, so muss man sagen. Und das Wichtige ist, deswegen kriegt sie nämlich drei Forschungen dazu dafür. Das finde ich cool. Ist natürlich die Frage, Untergrund ist in meinen Augen noch immer sehr schlecht in Age of Wonders 4. Also manche Starts sind immer einfach komplett busted, weil man direkt eine Provinz neben einen Gegner oder eine freie Stadt spot. Ich habe es sogar schon mal geschafft, dass ich überhaupt mich nicht mehr ausbreiten konnte, weil direkt eine freie Stadt da ist. Also ich musste dann einfach auf zwei Gebieten bleiben. Und ja, und dann ausgraben. Das Ausgraben hat zum Glück auch gebraucht, von daher ist es okay gewesen, aber hat es nicht unbedingt gigantischen Spaß gemacht. Aber hier der Bonus ist natürlich gigantisch, denn drei Forschungen, wenn ich dann fünf, sag ich jetzt einfach mal Pi mal Daumen, fünf solcher Wälder habe, ist das schon ziemlich gut. 15 Forschungen, gerade am Anfang, wenn ihr davon fünf Gebiete schon einnehmen könnt, ist das richtig mächtig. Also wesentlich mächtiger als alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich sehr gut, gefällt mir deswegen auch ganz gut. Und man kann hier Lifesteal tatsächlich als Bonus bekommen, was auch sehr, sehr cool ist. Und dann haben wir noch den für den Wald, der fehlte natürlich noch. Da kriegt man Draft, finde ich ehrlich gesagt das Schwächste, weil ja, Meinungssache. Klar braucht man Draft, aber man kriegt natürlich viele Waldprovinzen. Vielleicht kriegt man dann so viel Draft, dass es sich hier auf jeden Fall lohnt. Ist halt Ordnung, warum auch immer, ist halt so. Und wir kriegen halt natürlich den Spirit Damage, also Geistschaden. Ja, und dann gibt es nur noch als letztes die Einheiten. Und diese Einheiten sind erstmal Data, die finde ich eigentlich ganz cool. Das sind halt Faircamp-Einheiten, die haben eine Reichweite weniger. Aber haben dafür halt die Möglichkeit, Disengaging Shot zu benutzen. Das heißt, wenn sie im Nachkampf verbunden sind, machen sie, wie ihr seht, hier 20 Schaden. 10 Gift, 10 physischen Schaden. Der Gift-Schaden ist deswegen, weil wir ja dieses Kokodil anbieten. Würde ich jetzt zum Beispiel meinen Säbelzahntiger anbieten, würde ich da Feuerschalen bekommen. Eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ist jetzt nicht weltbewegen, aber gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man halt eine Möglichkeit hat, so einen flexiblen Fernkämpfer zu haben. Ich glaube, damit kann man schon wirklich viele Kämpfe sehr gut gewinnen, wenn man einfach diesen Disengaging Shot benutzt. Diese Sache, ob er jetzt direkt stirbt oder das auch durchhält. Ja, und dann haben wir den Protector. Überhaupt nichts interessantes in meinen Augen. Der kann halt, gut, der kann diese Raterei-Stacks nutzen, um sich zu heilen. Dann haben wir eine Schock-Einheit Tier 2. Was besonders ist, gab es, glaube ich, noch gar nicht als Kultureinheit. Und er hat so einen Cleaving Charge, der AOE-Schaden macht. Auch gar nicht so verkehrt. Ja, aber halt auch relativ Standard da natürlich. Ganz cool ist der hier, der, ja, uralte Wächter, sage ich jetzt einfach mal. Der hat nämlich die Fähigkeit, dass er nicht abwehren kann mit seinem Polearm, also mit seinem Speer, sondern dass er tatsächlich in die Gruppen hineinspringen kann. Und dann einen AOE-Schaden. Also ich glaube, das kann man, kommt an wie gut sie spielt, aber auch da seht ihr wieder den guter Schaden. Der wird halt wieder über das Tier definieren. Und ich glaube, damit kann man recht gut austeilen. So, und das ist es dann eigentlich. Es gibt noch ein Quest, das ihr halt machen könnt. Es ist anscheinend nur ein Quest, soweit ich es verstehe. Aber so richtig haben sie da noch nichts zu gesagt. Vielleicht kommt da noch was in anderen Death Diary. Und das wird halt jeweils ein Quest sein, dass es noch mehr Kampfboni gibt. Es gibt nicht noch mehr strategischen Bonus. So, das ist alles. Könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde es okay. Hätte mich aber auch teilweise noch ein bisschen mehr erhofft. Ja, aber was will man machen, ne? Es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, dass man so ein bisschen mehr Variationen hat. Aber es haut einen jetzt natürlich nicht aus den Socken. Aber es ist natürlich mehr von dem Gleichen. Das ist, glaube ich, schon auch ganz cool. Und wie gesagt, so was wie diesen Servilsan Tiger, die Spinne, würde ich schon ausprobieren wollen. Den Rest kann man halt mal nebenbei mal spielen, wenn man mal Lust dazu hat. Ist aber jetzt natürlich nicht weltbewegend. Also es ist halt nichts Einzigartiges. Und schade auch, dass der Buff bei jedem gleich ist. Gut ist natürlich, dass die Boni für die Geländer natürlich dann unterschiedlich sind. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und beim nächsten Death Diaries sehen wir uns wieder. Tschüssi.